Der hier sichtbare Bauernhof am Fuß der Burg, heute das Gasthaus zur Burgruine, war einst der Meierhof der Burg Losenstein und versorgte die Burgbewohner mit Lebensmitteln aus deren Landwirtschaft. Er war somit seit Urzeiten mit der Burg eng verbunden und im Besitz der Burgherren. Links von diesem Meierhof führte der frühere Weg von der Burg über den heute noch erkennbaren Hohlweg nach Gersten. Die heutige, bequeme Straße entlang der Enz war damals noch nicht vorhanden.